Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wiedergutmachung anzunehmen bei Donnerfelsbehüterin Brachnarbe in Rasavallor. An dieser Position ist eine Quicks Kampagnen Quest, die mit Patch 8.1.5 machbar ist. Nehmen die Quest an. Nun darf ich mich zum Divagard gesund begeben, bzw. Divagard gesund, wie auch immer. Und diesen Punkt hier klicke ich an. Ladebürtchen sollte nicht allzu lange sein. Da bin ich auch schon. Hier darf man ein bisschen zuhören, falls man mag. Ich lasse die Mann sprechen, falls ihr nachlesen wollt. Solltet ihr es euch nicht interessieren, müsst ihr dennoch ein bisschen zuhören, weil wie ihr seht, das Fragezeichen am Anfang, das angezeigt wurde, ist jetzt erst wieder vorhanden, sobald Bane ausgeelabert hat. Quest ist abzugeben, bei Bane Bluetooth in Divagard gesund an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. wiran. Ciao. wiran.